Ja hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Donut County. Wir haben in der letzten Folge aufgehört und kamen hier in der letzten Folge nicht weiter. Aber nach einem erneuten Laden ist mir gerade aufgefallen, hey, die Möwen sitzen diesmal gar nicht am Strand, sondern tatsächlich oben auf dem Kabel drauf. Und ich glaube tatsächlich auch da war der Fehler in der letzten Folge, dass ich glaube ich, die wahrscheinlich in dem Moment wirklich mit der Rakete ordentlich abschießen muss, weil die sonst halt einfach woanders hinfliegen. Und das werden wir natürlich dann auch heute so durchsetzen, hoffentlich. Mal schauen. Wie auch immer das funktioniert. So, ich glaube wir haben eine gut genuue Größe auf jeden Fall. Aber wir zünden das an. Und dann hoffentlich sind wir schnell genug dort. Ah, sollte gehen. So, seht ihr was ich meine? Das konnte ich in der letzten Folge theoretisch gar nicht mehr schaffen, ohne neue Laden, weil halt die Möwen nach einem... Ja, wie sagt man, wenn man das einmal verkackt, landen die halt am Strand. Oh, ein süßes kleines Picknick da oben. Irgendwie finde ich das richtig cool, da oben drauf zu sitzen und einen richtig schönen Ausblick zu haben. Aber irgendwie scheint mir das Ganze auch ein bisschen zu dünn zu sein als Klippe. Also ich hatte so ein bisschen die Angst, dass das alles unter meinem Boden wegbricht. Okay, Laterne kann ich nicht einsaugen. Kann ich denn überhaupt... Achso, sie muss ich... Ah, ich muss wahrscheinlich... Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe, was zu tun ist. Tatsächlich tue ich das. So, mal sehen, ob das klappt. Genau das meine ich halt, ne? Also ich würde mich an ihrer Stelle jetzt ja vielleicht dort wegbewegen. Aber ich glaube tatsächlich, die Lust dort zu picknicken ist zu hoch. Na, immer noch nicht. Vielleicht muss ich zwei mitnehmen. Ach, warte mal, da sind ein paar... Da sind gerade... Da ist wenigstens ein Stück runtergefallen. Das heißt... Ich tue soweit das Richtige, würde ich behaupten. So, komm, jetzt aber. Und runter mit dir. Oh Gott. Tja. Ich hab dich... Ich hab dich gewarnt, ne? Ich hab gesagt, ich würde da jetzt runtergehen an deiner Stelle. Aber gut. Dann halt nicht. Dann hör halt nicht auf mich. Oh, da kommen gerade ordentlich Popcorn raus. Zu meinem Vorteil. Weil die nehmen ja mehr Platz ein. Dadurch wird das Loch hier auch größer. So, jetzt erstmal weg mit deinem Auto. Gut, hier hinten liegt nichts mehr. Und dann her mit deinem Job. Warum auch immer... Ich verstehe es immer noch nicht, warum der Feuerwerk am Strand verkauft. Ich weiß nicht, wer daran zu viel Interesse hat. Mann, oh Mann. Er schläft tief. Okay, tolle Lieferung. Dankeschön. Boah, wir sind hier schon fast Rang 10, ne? Ob das doch noch weiter geht als Rang 10? Kaum einer hat wirklich Feuerkraft. Klippen sind eine Art Falle, die von Außerirdischen erschaffen wurden. Die haben es irgendwie mit ihren Außerirdischen, ne? Dieser Mais hat weißes Zeug und würziges Zeug drauf und ist wirklich gut. Um da ranzukommen, muss man gegen eine Möwe kämpfen. Die Konsistenz ist heiß begehrt. Du kannst mich nicht zum Lesen zwingen. Ich mach's einfach nicht. Ja, true. 99% der Möwen sind Kriminelle. Du kannst Feuerwerke zum Haarentfernen verwenden. Okay, ja. Ich mein... Ja, kann man. Ein würziger Kerzenladen. Ziemlich gewöhnliche Art Schatzkiste. Trink nicht sofort, sondern warte, bis er nicht mehr sprudelt. Was? Nein. Sprudel ist das Beste daran. Möwen lieben Pommes, weil die Nationalspeise ihre Heimat ist. Morsel hat ein schöneres Auto als ich. Hm. Ist das Morsel? War das Morsel? Keine Ahnung. Die Sache ist, ich werde jetzt auch schon wieder alle Stimmen vergessen haben. Also, das wird ein Chaos. Verzeiht mir, wenn da irgendwas nicht so klingt wie in den letzten zwei Folgen. So, wir sind wieder 999 Meter unter der Erde. Kabumm! Ich habe nur die Nachbarschaft aufgeräumt. Hat sonst noch wer ein Problem mit mir? Ja, ich. Naja, eigentlich mehr mit Mira. Oh! Jetzt bist du dran, Mira. Coco? Nun ja, Mira. Weiß von allem, aber ich denke, jeder sollte es hören. Sogar die Vogelspinner? Ja, sag's ihnen. Ich wusste, dass die Waschbären die Löcher machen. Ich wusste es die ganze Zeit. Jeder, Mann? Ah! Was? Wie bitte? Ich mag's, dass sie in der Dose lebt. Oder er, wie auch immer. Das sieht tatsächlich sehr interessant und entspannt aus, irgendwie. Wie viele Schlangen wären wohl nötig, dich zu besiegen? Große Schlangen. Giftige? Normale Größe? Aber du musst in einem winzigen Raum kämpfen. Okay. Ähm. Wahrscheinlich 1000 Schlangen? Äh. Okay, warte. Okay, erwarte eine baldige Lieferung. Du hast dich doch nicht mit dem ganzen Verschwinden hier befasst. Oder? Hm. Nein. Ist heute seit Tagen nicht ans Telefon gegangen. Hast du mit dem Possum gesprochen? Er sagt, er hat Infos. Possum hat mir erzählt, dass die Erde hohe ist. Und flach. Beides gleichzeitig irgendwie. Okay. Mira, weißt du, seit diese Waschbären aufgetaucht sind, verschwinden ständig Leute. Und du arbeitest in ihrem Donut-Shop. Was ist dieses Zeichen eigentlich daneben? Keine Ahnung. Die Waschbären behandeln mich wirklich gut. Und BK ist mein Freund. Ich habe einen Donut bestellt. Warum? Ich will wissen, wie sie schmecken. Das ist ein Fehler. Ich muss los. Wir reden bald wieder. Okay. Tja. Das war ein Fehler tatsächlich. Oh, Geckos. Cool. Hä, mit dir? Ich mag den Song im Hintergrund. Der hat was. Der ist cool. Sogar mit Gesang. So. Wie viele können wir denn davon einsaugen? Erstmal werde ich mir noch ein bisschen Gras hier von der Seite holen. Ein bisschen größer werden. Auch wenn es sich zu viel bringt im Endeffekt. Aber den hier können wir bestimmt schon mal reinsaugen, oder? Ja, gerade so. Nee, aber das Spiel hat echt an vielen Ständen einen richtig schönen Vibe. Also gerade zum Beispiel mit dem Song im Hintergrund. Ich kann mir vorstellen, gerade wenn man das privat spielt und nicht Let's Playt, ist man da schon so ein bisschen entspannt nebenbei. Der Musik lauschen kann. Ein paar Sachen einsaugen kann. Ist schon ein comfort game, muss man sagen. Mit einer interessanten Geschichte. Die bringen uns gar nichts, ne? Von der Größe her. Ich hab die jetzt alle eingesaugt. Immer noch gleich groß. Da ist auf jeden Fall auch noch einer. Wir werden jetzt aber erstmal alles einsaugen, was uns größer macht. Wie zum Beispiel diese Bücher und der Kaffee. Den Ventilator. Eigentlich müsste er jetzt aufwachen. Wo ist meine kalte Luft hin? Ich kann das ja gar nicht, ne? Ich hab nämlich, also in den letzten Nächten, oder beziehungsweise in den letzten Wochen, in den Nächten, wo es wirklich mal richtig doll warm war, hab ich tatsächlich auch überlegt, ob ich meinen Ventilator mal ins Bett stelle. Aber die Gefahr, dass ich dann einfach mit der größten Erkältung der Welt aufwache, war mir einfach zu hoch. Weil ich glaube, ich kann sowas nicht ganz so gut ab. Ich weiß, manche können das. Aber ich nicht. Das ist mein Albtraum. Aber ich hasse auch sowas. Das machen bestimmt auch viele. Ich hasse zum Beispiel auch mit nassen Haaren zu schlafen. Das habe ich selten gemacht in meinem Leben. Nein, du sollst da nicht reinfallen. Er bleibt immer noch am Schlafen. Ähm, ich hasse allgemein nasse Haare. Also, seitdem ich vor allem lange Haare habe, ist das der Albtraum überhaupt. Deswegen föhne ich die direkt immer. Gut, her mit dir, Krokodil. Ach ja, und... Okay. Wie auch immer. Guck mal, seht euch das an. Da machen ein paar Leute Sport und da oben ist eine Katze. Die finde ich super. Okay. Her mit dem Bikini-Bott im Haus. Das ging ziemlich schnell, muss man sagen. Es hat gar nicht so lange angedauert. Und übrigens, das Krokodil sieht tatsächlich aus wie der Medic aus TF2. Finde ich. Okay. Wahrscheinlich ein Buch mit dem Beweis, dass es Außerirdische gibt. Alter, also wirklich. Wahrscheinlich ein Buch über was Langweiliges wie Löffel sammeln. Wie passt er da nur rein? Hält deine Hände warm. Er hat 9999 ungelesene E-Mails. Tja, das könnte auch ich sein. Ähm, damit kannst du deine Kleidung fürs Nasswerden bestrafen. Der einzig gute Vogel ist ein Attrappenvogel. Ein Stuhl, der sich wünscht, wäre ein Bett. Sprich da rein, wenn du wie ein Außerirdischer klingen willst. Oh, das ist wirklich eine Sache. Das menschliche Ohr kann über 100 Lieder hören. Sicherlich mehr als nur das. Ähm, bring den, äh, bring den in dein Haus, um es feucht zu halten. Muss nicht erklärt werden. Der Goldstandard. Stell dir vor, deine Füße wären den ganzen Tag klebrig. Öh. Wenn ich klebrige Füße hätte, würde ich an der Decke langlaufen und schreien. Was? Ich werde mir klebrige Füße holen. Ich mach's. Du kannst mich nicht abhalten. Koko spielt den, äh, spielt das jeden Tag, um seine Nachbarn zu ärgern. Ein Psylophon. Gut, gar nicht so weh. Das ist Eigentum von Donut County und damit unverzüglich zurückzugeben. Naja, alles klar, Koko. Schauen wir mal nach, ne, worum es jetzt geht. Das ging tatsächlich ziemlich schnell. 999 Meter unter der Erde. Ein weiteres Mal. Es tut mir so leid, Koko. Hm. Es war meine Schuld, dass du im Loch gelandet bist. Ich hätte den Job bei dem Waschbären nie annehmen sollen. Was zum... Ich dachte, wir wären Freunde, Mann. Das dachte ich auch. Aber dann hast du meine Stadt kaputt gemacht. Ah. Ich verstehe, ich verstehe es einfach nicht. Ich hab versucht, dir zu helfen, als du mich drum gebeten hast. Ich hab für dich das Katapult-Upgrade gekauft. Auch wenn es eine absolute Punkteverschwendung ist. Du hast mir gesagt, dass du mit dem Katapult alle wieder aus dem Loch rausholen kannst. Und jetzt sitzen wir hier im Loch. Oh, neuer Charakter. Oh Gott. Höhne sind keine Punkteverschwendung. Gib Dollop ein Küsschen auf den Kopf. Du hast sie beleidigt. Ah. Nee, lass mal gut sein. Gib mir ein Küsschen. Ah. Nein. Was ist das Mindeste, was du tun kannst? Nachdem du alle unsere Eier gestohlen hast. Ich hab deine Eier nicht gestohlen. Sie sind nur durch den Boden gefallen. Ah. Erzähl einfach deine Geschichte, Jellybean. Die Zeiten auf der Fahrbahn waren hart. Ich musste meinen hochgeschätzten Hahn verkaufen, um über die Runden zu kommen. Dorob war sehr sauer. Okay. Ja, ich mein. Hätt sie die nicht eh verkauft, eigentlich, gefühlt? Jawohl. Zum Eier legen. Na gut. Oh nein. Ist am Heulen gewesen. Oh nein. Ah, mein kleiner Hahn. Ich lieb's übrigens, wie der auf dem Motorroller sitzt. Das ist ein Vibe. Das fühl ich. So. Her damit. Frage ist, was macht der Waschbäu überhaupt hier? Ich mein, Donuts ausfahren wahrscheinlich. Aber müssen wir ihn denn jetzt auch einsaugen? Den guten BK? Der sich gar nicht als so gut herausstellt? Oh. So eine Klingel oder so. Hey. Ich will mir den Grashalm da hinten auch noch holen. Was soll das? Was? Und weg mit dir. Kann ja auch sein, dass das nicht BK ist, sondern irgendein Random Waschbäu. Oh. Ja. Warum hast du Coco einen Donut gebracht? Er hat einen bestellt? Worin liegt das Problem? BK, das ist zu viel. Zu viel. Du musst sofort das Katapult-Upgrade kaufen und die Dinge in Ordnung bringen. Aber ich muss für meinen Quad-Copter sparen. Los, jetzt. Du hast es versprochen. Schon gut. Ich werde alles in Ordnung bringen. Aber du schuldest mir was. Ciao. Ach Gott. Er hätte Schau-Kakao sagen sollen. Das hätte zu ihm gepasst. Oh, Upgrades. Davon bin ich sehr überzeugt. Okay. Aber wir können uns zwei Sachen kaufen tatsächlich. Wir können uns ein paar Energies kaufen. Ein paar Mountain Dews. Hätte ich jetzt Lust drauf. Und Katapult. Ich werde mir erstmal ein Energy kaufen. Gamer. Tanke Gamer-Treibstoff auf. Oh ja. Was gibt es mehr Gamer-haftes als ein Energy? Ich trinke gar nicht so viele Energies. Vielleicht einen in zwei Monaten oder so. Weil ich finde die meisten ziemlich ranzig. Okay. Aber am meisten trinke ich eigentlich nur Wasser oder Limo. Oder Marthe. Nach dem Kauf vom Katapult hast du noch drei Euro. Ja. Durchaus reich. Mann. Ich wollte doch den Quadcopter. Was soll das denn? Ich mag es by the way, dass dieses Shop-Menü, was wir gerade hatten. Den Hintergrund dort. Den finde ich sehr cool. Weil das tatsächlich eine Stilart ist, die ich tatsächlich öfters auch mal benutze. Finde ich ganz nice. Das ist eine coole Stilart. So. Wir können ja wenig, tatsächlich sehr wenig einsetzen. Aber links klicken, um das Katapult zu verwenden. Yo. Das ist cool. Okay. Hey. Interessant. Die Frage ist, was können wir damit jetzt machen? Achso. Okay, ja. Wir können schon mal das Huhn freilassen. Das ist ja eine Sache. Ah, okay. Das sollten wir auch tun, so. Okay. Mal schauen. Jetzt können wir das Huhn auf jeden Fall auch schießen. Da ist eine Glocke dran. Ich wette mal, das Huhn müssen wir wahrscheinlich da reinbekommen, ne? Und dadurch, dass es ziemlich lange fliegt, gehe ich mal davon aus, dass wir wahrscheinlich das Ding einfach hier hochschießen können. Dann das Teil öffnen können. So. Willkommen zu Hause. Herzlichen Glückwunsch. Oh, oh, oh. Her mit dem... Ich wollte es eigentlich fangen. Mist. Oh, das fange ich jetzt aber. Nein. Es ist am Rand zerbrochen. So, jetzt. Okay, jetzt haben wir ein Ei. Und können das hier rausfeuern. So. Oh, habt ihr gesehen, wie ich das noch gefangen habe? Oh, das hätte ich mal auffangen sollen. Oh nein, die gehen alle kaputt. Tja, diesen Monat kein Umsatz, ne? Hab ich gehört. Die klauen wir uns alle mal. Ja, das sind sehr wirklich... Das sind einige. Also vor allem auch einige große. Richtige Straußeneier. Gut. Her mit dem Observatorium. Was wahrscheinlich nicht ein Observatorium ist. Her mit dem Auto. Her mit dem Truck. Ich nehme jetzt alles mit. Oh, wie cool eine Hühnerstadt war. Die kann man bestimmt für viel Geld verticken. Sind das Orangenbäume im Hintergrund? Das muss irgendwie auch ganz geil sein. So Orangenbäume zu haben und immer so frischen Orangensaft fressen zu können. Stell ich mir ganz geil vor. Aber auch mit Zitronenbäumen oder so. Ich hatte letztens sogar mal überlegt, als ich einen gesehen hatte, ob ich mir für den Balkon einen kleinen Zitronenbaum kaufe. Und dann habe ich aber drüber nachgedacht und mir gedacht, naja, der hat irgendwie 20 Euro gekostet. Ich dachte mir so, rentiert sich das im Endeffekt, weil wir leben ja schließlich in Deutschland. Na, was heißt wir, ne? Ich lebe ja schließlich in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr das tut. Aber die meisten von euch wahrscheinlich schon. Und Zitronenbäume, ich weiß nicht. Im Winter sind die, glaube ich, nicht zu sehr angetan davon zu wachsen. Dementsprechend hat man vielleicht drei Zitrone mehr davon. Naja, und die sind wahrscheinlich mini-klein. Das könnte später mal zu einer richtigen Scheune werden. Ich verbeuge mich nicht vor einem Huhn. Niemals. Wenn du das in der Hand hast und wütend aussiehst, kommst du überall rein. Das stimmt. Wenn es keine Kiste ist, äh, wenn es keine Kiste hat, ist es kein Videospiel. Ja, die Orange Box. Äh, Eier haben mir das Leben gerettet. Wahre Geschichte. Teurer Sand. Farmrohre. Ohne Zweck. Der leckere Teil eines Donuts. Oh, Füllung. Mann, es gibt zu wenig Donuts mit Füllung. Immer wenn ich in Polen oder so bin, in irgendwelchen Supermärkten wie Bidronka oder so, dann, ähm, gibt es da immer total viele Donuts mit Füllung. Wenn du hier im Lidl oder so guckst in Deutschland oder im Edeka oder so, findest du nie irgendwelche Donuts mit Füllung. Traurig. Finde ich mir schade, weil ich liebe Donuts mit Füllung. Unter einer Leiter durchzulaufen bringt nicht nur Pech, sondern ist auch noch peinlich für die Leiter. Okay, ja. Ist was dran. Ein Pferd, das Innere, bevor du die Schale isst. Ja, ja, ja. Jeder Lastwagen könnte ein Schwein transportieren. Dieser, dieser aber nicht. Dieses Ding beschleunigt von 0 auf 60. In nur 60 Sekunden. Damit hat man früher Löcher gemacht. Wenn du da irgendwie reinkommst, bist du reich. Wer findet die nächste Erdbeere? Wenn du die Samen isst, verwandelst du dich vielleicht in eine Wassermelone. Oh nein, nicht das Gerücht. Dieses typische, was damals immer alle alten Leute zu einem gesagt haben. Wenn du die Kerne mit isst, dann wächst in deinem Bauch ein Baum. Natürlich. Ich hab damals wirklich Schiss davor gehabt. Ich hab gedacht, ich werd komplett zerfleisch von einem Baum, der in meinem Inneren wächst. Vielleicht passiert's ja noch. Vielleicht werd ich der erste Mensch sein, dem das passiert. Du warst lange keine Kerne mehr gegessen. Also, ne, hab ich ja nie mit Absicht gemacht, aber heutzutage esse ich die Kerne nicht mit, aus Versehen. Du hast nicht mal versucht zu helfen, BK. Doch, hab ich. Es ist schwierig, das Katapult zu benutzen. Ich denke, das Loch eignet sich nur zum Katapult, äh, zum Kaputtmachen von Dingen. Muss wohl so designt sein. Designt? Was schaust du mich so an? Ich hab es nicht designt. Aber du hast es benutzt. Na, was hätte ich denn sonst benutzen sollen? Keine Ahnung, du hättest echte Donuts benutzen können. Hätte ich ein echter Donut den armen... Warte, was? Hätte ein echter Donut den armen Beercloth vor dem sicheren Untergang bewahren können? Oh, neuer Charakter schon wieder. Mich bewahren? Du hast mich gedemütigt. Du warst von Bienen gejagt. Ich bin ein Held. Du hast einen Donut mitten in den Wald bestellt. Yep. Ist schon irgendwie verdächtig, dass du Donut-Lieferungen mitten in den Wald anbietest. Von Bienen gejagt? Schau mal. Schau, schau. Es ist ein harter Job. Manchmal wird man von Bienen gejagt. Ja, durchaus. Kann passieren bestimmt mal. Okay, aber die Situation, die kann ich mir nicht vorstellen. Honey Nut National Forest. Ja, na gut. Dann helfen wir dem doch mal. Also, was heißt helfen? Wir stürzen den eigentlich in noch mehr Unglück. Jetzt ruft er noch so, oh, jemand muss mir runterhelfen. Er weiß noch gar nicht, dass ihm sehr weit runtergeholfen wird. Ein bisschen zu tief für seine Art und Weise. Ich mag den Frosch. Ah, na gut. Ich würde auf jeden Fall sagen, hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bin gespannt, was uns hier noch erwarten wird. Und ob wir vielleicht wirklich noch andere Upgrades nutzen können. Ich glaube, das Katapult haben wir jetzt gar nicht mehr, oder? Ich sauge mal kurz das ein. Ha. Also, derzeit scheinen wir es tatsächlich noch nicht zu haben. Vielleicht kommt es aber wieder. Wäre ganz cool. Weil ich denke, für eine Mission das Ganze nur einzubauen, wäre vielleicht ein bisschen blöd. Hm. Naja. Habt auf jeden Fall noch einen wunderschönen, donutreichen Tag. Lasst eine Bewertung da. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Donut County. Bis dann. Bye, bye.